Ich unterstütze Offenes Thüringen, ein Bündnis, das sehr viele Gruppen, einzelne Persönlichkeiten, Initiativen zusammenbringt, um im Wahljahr 2024 Menschen im Freistaat darauf hinzuweisen, worum es geht. Es geht um unsere Freiheit, es geht um unsere Demokratie und das Bündnis ist darauf angelegt, das möglichst viele Menschen anzusprechen und aktiv zu machen. Es ist ganz wichtig, dass diejenigen, die sich auf Freiheit und Demokratie berufen, auch etwas tun. Nicht einfach sagen, ja, das wird schon irgendwie gut gehen. Nein, es ist jetzt wichtig, dass alle sich zu dieser Freiheit bekennen und wissen, was es bedeutet, wenn sie einer rechtsradikalen Partei ihre Stimme geben.